Ich wünsche mir einen offenen Diskurs mit der Gesellschaft, eine Diskussion darüber wie die Bundeswehr in der Gesellschaft verankert ist und wie wir als Veteranen angesehen werden in der Gesellschaft mit Hilfe der Politik. Die Bundeswehr hat sich nach der Abschaffung die Wehrpflicht verändert, wir Soldaten haben uns verändert, wir haben mittlerweile ein anderes Klientel innerhalb der Bundeswehr und da bin ich der Meinung, dass ein Umdenken stattfinden muss und dafür würde ich mir eine Diskussion innerhalb der Gesellschaft wünschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schöpfe Vielen Dank.